Ein mutiger Krieger, der nun endlich seine Diamantspizzacke hat. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Survival Challenge, der sich in der letzten Freaking-Folge einfach mal eine Diamantspizzacke gebaut hat. Und ja. Ja, wer sie nicht gesehen hat, auf jeden Fall mal vorbeigucken, war sehr, sehr geil. Ja, und was machen wir heute? Wir machen das, was ich in der letzten Folge am Ende total verkackt habe, und zwar mein Kopf, beziehungsweise unser Kopf. Den habe ich im letzten Mal richtig verkackt, das weiß ich auch noch, dass ich da peinlich verkackt habe beim Bauen. Ich weiß auch nicht mehr, was der Grund dafür war. Also ich bin ja schon fertig, bis auf meine Mütze. Ja, ich sitze gerade auch eigentlich an meiner Mütze halt so. Hat die Blöcke da unten aufheben. Ich muss jetzt immer überlegen, wie ich das baue, weil ich muss jetzt eigentlich immer, ich baue mir eine Treppe einfach. Ja, was haben wir denn heute denn vor? Boah, wir machen... Wir bauen unsere Köpfe weiter. Ja. Genau, wir machen Full Entspanter vielleicht sogar fertig. Ja, du hast die Bücher dafür, ne? Äh... Also, du solltest die Bücher haben es haben. Ich guck mal. Eigentlich müsste das... Dann gehen wir nochmal in Descent. Ich hab... Ja, ich hab 64 und 19. Ein Stack und 19 habe ich. Okay. Du weißt, wie kann ich denn Bücherregale machen? Holz und Bücher? Ja, Holz und Buch in der Mitte. Okay. Ich mach mal ein paar. Ja. Oh, ich hab richtig viel Holz. Okay, ich muss jetzt gerade gucken, wie ich meinen Kopf baue. Ich regle hier unten. Wie viele brauche ich? Wie viele Bücherregale? Oh, ach, gute Frage. Ähm, deswegen kurz gucken. Also, wir wollen es ja symmetrisch haben. Das heißt, wir machen... 10, 12, 16... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Keine Ahnung, Kraft. So ein halbes Deck. Erstmal. Okay. Es ist ein bisschen kompliziert, so in den Kopf zu bauen, weil man den halt nicht mehr so richtig im Kopf hat. Einfach schlicht auch. Seitdem baue ich jetzt nach hinten. Ja. erst mal acht wir sind beide gerade ein bisschen krank ich habe fast fieber ich habe 38 grad das ist glaube ich fast fieber und du hast krone das ist natürlich ein paar kombinationen gestern waren wir ja heute bin jetzt auch ich krank das ist super ab hier habe ich ja auch schon gesagt er sie noch nicht gesehen hat auf jeden fall angucken war übelst geil ich habe da keine runde gewonnen aber ja tatsächlich ist stimmt und ich habe noch ein bisschen streams angeschaut ich habe zehn bücherregale gemacht gemacht die noch mal weiter aber ich habe auch richtig viel schwarz ich baue jetzt mal erst mal richtig so und hier kommt rot drauf also ich hoffe aber ich baue das richtig ich glaube unsere mützen könnten sich gegeneinander crashen das kotzt mich so an und so nervig was es ist einfach nur ein bisschen nervig dein fieber ja also ich habe keine symptome nur ein bisschen bei der nase halt ich habe schnupfen heute morgen mit fieber aufgemacht ich wusste ja nicht direkt dass ich fieber habe aber mit heißen mit heißen mit heißer bürger also ich war heute morgen ein bisschen matschig da habe ich mich noch mal hingelegt dann ging es mir besser heute morgen war schlimm ich das das ist echt also mit mit fieber ist nicht zu spaßen das stimmt das ist manchmal ist es gar nicht so schlimm in meiner schule habe ich es auch immer wieder geschafft kurz vor den ferien krank zu werden also fieber zu bekommen es war immer der letzte tag von den ferien ja ich weiß nicht ob das heute immer noch so ist aber da du brauchst halt dann ein attest vom arzt dass du nicht kommen das weil sonst war es immer so dass alles bei mir war das nie so dass ich ein attest gebraucht habe ich habe damals man muss einfach anrufen man muss immer einfach an die bei uns was immer den lehrer anrufen und dann sagen ja ich bin krank ich komme heute nicht und dann mir war es entschuldigt wie bei mir war es nur vorletzt tag von den ferien da musste man dann immer ein attest mitbringen damit du nicht irgendwie an urlaub gehst schlüsse weil du könntest ja ja das ist voll unnötig du bist krank damit du einen tag früher den urlaub kannst daher man aber jetzt mal wirklich am letzten tag macht man eh nicht im unterricht also sie haben wir haben da nie was eigentlich gemacht also jetzt nicht so wichtig ist kraft muss gerade terraform weil mir gerade ein kühler explodiert kommt man aus diesen bekommt man machen also aus diesen blumen hier landen hellgrau hellgrau kriegt man daraus ich weiß wie kriegt man noch mal weiß knochenmehl also hast du hast doch letztens bei der skelettfarbe stand ich glaube ich habe keine ich habe alle aufgebraucht ich muss mal ganz gut ich habe noch ein stack und ich habe auch noch gerade weil ich habe auch noch voll viel weiße farbe warten hat sich gelohnt ja heute wird eine chillige folge einfach weil wir beide uns geht es gerade nicht so gut also mir geht es ja heute wird nicht schön dein gesicht aussieht wie hässlich meins im gegensatz aussieht ja ich brauche nur noch das weiß und dann bin ich fertig muss eben gucken dass ich hier das ist richtig ist solche baue der müsste aber ich war noch kies und dings wir können eben du kannst im teich noch weiter auslärmen weiterhin gibt es ja mal doch nur hier ist ein creeper und zwei zombies ja das ist nicht gut alter mein kopf sieht so hässlich aus ja ich weiß nicht ob das du hast gemacht habe ich ich habe keinen terracotta mehr kann ich kein terracotta mehr also wir werden auf jeden fall den ender dragon irgendwann besiegen aber danach wird es auch noch weitergehen ja wir werden wahrscheinlich noch mehr machen weil dieses projekt war so holen dieses projekt box einfach halt so hat wir brauchen auch eine funktionierende creeper fahren ja hat ja in der früge haben kann da ist hier unten oder irgendwelche tutorial videos könnt ihr mal gerne in den kommentaren verlinkten aber wir wissen nicht so ganz also wir sind da nicht so ich bin nicht so ganz gelernt in farmen bauen noch ein creeper fernkampf wollte ich denn holen und ich komme gerade nicht mehr holen wollte er sollst du denn machen unser teich jetzt glaube ich gar kein kies mehr nach doch weiter hinten mal durchkommen wir müssen uns dringend einen anderen platz suchen wo wir kies fahren ja 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 es gibt kein kies mehr doch kommt der kies wie es gibt noch weiter hinten also muss einfach noch mal vielleicht gehen wo denn da kommt also hier sieht schon mal sehr leer aus ja kies gibt es hier kaum noch aber ich habe ein bisschen kies ja komm hier hier gibt es glaube ich noch was sein ich habe alles weg gemacht ich habe auch viel weg gemacht ich habe ja viel für mein schwarz weg gemacht dann müssen wir noch weiter gucken wir brauchen eine neue ja wir können so nicht weitermachen stand aber auch irgendwann auch wenn wenn du schon solche dann auch wenn du schon so zehn punkte wenn du schon so ein krank fahren was da sollst du es auch wenigstens zu machen damit es nicht hässlich aussieht also vom sand wäre ich auch keine schaufel mehr perfekt meines offers kaputt ja ich mache dann ich baue ohne terrakotta meinen kopf da weiter lohnt sich nicht ich glaube ich baue jetzt noch ein woche stimmt du brauchst der terrakotta du auch also aus den schon ich habe eins ja schon ich mache habe ich ja irgendwann mal ich habe ja mehr gefahren als wir da waren meine ich hier kommt jetzt noch gut drauf mein kopf stimmt nicht so ganz aber ich habe genau richtig viel kies gemacht gefahren also 11 habe ich jetzt ich weiß aber nicht ob das reicht so ich habe ich habe genug ich habe 64 und 24 war ich bin ich wissen nicht so viel aus beton wir denken immer wir müssen voll viel fahren jetzt habe ich ein stack und 24 noch ein weißer block wieso wieso baust wieso hast du nicht gehärtet muss ihn doch herten erst mal also zu beton ja das jetzt pulver also stimmt aber ich habe jetzt auch zwei weißen beton ok das sieht natürlich dämlich aus guck mal finden den fehler wobei hier finden die fehler kein dunkler beton so als mit einer höhle gibt es ja ich muss jetzt erst mal schon wieder an schon wieder mann kommt es euch eigentlich eine ganze die das eigentlich in den videos noch nicht hätten wir spaß und sind und fack abfocken einfach nur damit also also nur so fürs protokoll wir haben spaß ja wir haben spaß protokollieren ist das wichtigste im leben glaube ich habe ich so habe ich mal gehört ok jetzt wird es schon noch habe ich mal von einem protokollschreiber gehört die wahrheit jetzt überlegen die war jetzt am wichtigsten in den protokollen kein rot mehr man ich habe ich habe ich habe ich habe ein ich habe einsteck und 24 rote ich habe so viel zu viel also beton man jetzt bin ich mir nicht mehr ich könnte jetzt genau noch mal bauen ich höre ich habe noch einsteck irgendwie schwarz ich habe noch einsteck weiß nur so zum protokoll mir geht es gerade ich teilweise nicht nur fürs protokoll mir geht es eigentlich gut meine nase ist halt scheiße ja meine nase geht es auch nicht gut jetzt muss ich gucken wie ich habe keine kopfschmerzen oder so das ist natürlich entspannt ja 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 ich bin als eigentlich auch schon fertig ich muss noch bauen jetzt muss ich einfach nicht nur das rot hochziehen oder ok braucht auch noch mehr rot die chino wie ich hier die letzten blöcke platziere ich sehe es leider gerade ich brauche noch rot doch nicht ich habe irgendwas mit schwarz vergessen muss ich gleich noch mal machen wir machen ja ich immer wenn ich mein haus runter gehe so mlg ist einfach obwohl das nichts bringt also ich hätte übrigens eigentlich noch kies gehabt ja ich hatte auch noch welche aha da sagt mir auch nicht jeder alles das sieht so scheiße aus von hinten ich will sie sehen das ist so scheiße aus wäre sie verdient so dumm aus bei dir ist halt einfach so ein halber zipfel und bei mir ist da irgend so eine weiße linie warte ich muss ja alles angucken und dafür blöcke ich glaube aber das könnte am ende echt cool aussehen ja könnte muss aber nicht ich glaube mein kopf ist jetzt eigentlich fertig ja ja wäre es schön auch ein bisschen detailarbeit rein zu hauen aber ich muss gar kein pickel bauen warum nicht das musst du ja wieso sieht dass man deine mütze sich so scheiß auf weil bei mir ist da ja auch so ein strich es sieht so komisch aus weil er durchgezogen ist nein ich habe zwei zu wenig beton gemacht ich habe ich habe jetzt wieder zwei ein strich ist halt ein block weiter unten als meiner nach hinten der hinten nur sagen mein fertiger kopf sah ein bisschen besser aus da ja aber naja es sieht okay aus so dann ich guck mal von hinten der munten das ist das thumbnail ja jetzt kommen wir das hier ein thumbnail machen blick fanden wir leute ja ich muss schon gut gucken oder wir hatten beim letzten auch irgendwas komisches man setzt sich ein boot hast du ein boot nein glaubst du nicht tanze ich tanze nein ich bin spiel und die bettung das stimmt okay ich habe uns gerade die ganze zeit ja man leute und schon die kamera guckt ich habe die bücher ich habe die bücher ich habe die bücher die bücher ich habe die bücher ich habe die bücher ich habe die bücher ich glaube das ist wirklich nicht richtig denn ich habe die bücher ähm, wollen wir ein Wasser auf, also so ja, wobei ist unnötig eigentlich ist unnötig ja, ist unnötig ich hab die Bücher ich hab die Bücher, okay Leute, das reicht jetzt aber auch mit ich hab die Bücher, so ähm, entweder wir bauen eine ganz simplen ich glaube, wir brauchen noch 1, 2, 3 ne, 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 8 Bücher brauchen wir, glaube ich, noch oder guck mal guck mal, ob du voll entscheiden kannst ne, so reicht der nicht und das ist nicht symmetrisch, tut im Kopf naja, natürlich ist das symmetrisch nein, der Craft & Theme sitzt hier nicht in der Mitte achso, ja, das war's warum, ich baue die Bücher nochmal ab, dann bauen wir neu ich würde erstmal sowieso den Eingang bauen ja, wo denn? hier hier okay dann baut er alles zu im nächsten hier, ich hab noch ne coole Idee, wie wir das machen ähm, setzt hier 2 Wasser hin also ich setz hier mal einmal Wasser, setzt du dein Wasser auch da hin aber wir machen ne unendliche Wasserquelle dass wir eben ne unendliche Wasserquelle machen so da so und jetzt können wir die eigentlich zerstören wir brauchen halt noch Clean Store, dass es dann hier hochschwimmst ich baue hier eben noch Trapdoors, damit das schöner aussieht so hier fehlt ein Block und hier können wir dann noch Clean Store nach ihm setzen äh, ist man hier quasi rein so den Gang können wir dann ja nochmal verschönern ich hole eben Wasser also den Gang kann man dann ja am Ende nochmal verschönern kaputt da höre ich eigentlich nix von Minecraft mein Microsoft ist einfach aus ach so, hier fehlen drei Blöcke ich baue mir ne neue Schaufel so, äh ich hab gesagt, ich mach mein Dings leer und jetzt ist es schon wieder voll eigentlich so, ähm wie macht man nochmal Bücher, achso dumm ja zwei Bücherregale wohl nochmal, äh Kraft noch mal wie Bücherregale mach hier ich mach die hier zurück ne mach die zwei so, gut jetzt müssen wir den hier austauschen durch normalen Erdloch, damit das nicht so hässlich aussieht so jetzt können wir hier lagen so ah aus genau, hier kommt dann der Dings holst du noch mehr Bücherregale? oh äh, ich hab kein ich hab nicht mehr dann fahren wir im Holz ah ne, ich hab doch Holz hast du Holz? weil ich hab nicht genug Holz ich kümmer mich um Stein Stein genau, Stein wie viele Bücherregale soll ich da machen? mach so einen halben Stack, wenn du kannst ich hab noch Bücher, wenn die Bücher nicht reichen hey, ich hab noch 53 juhu hey, wir brauchen doch keinen halben Stack Bücher Regale ja, mein ich ja doch glauben nämlich schon nein echt nicht? nein, wir brauchen nur 13 oder so keine Ahnung wir testen einfach nach und nach eigentlich könnten wir das auch gleich anders machen ich hab jetzt nochmal 8 gemacht okay ey, das ist doch schöner, als wenn da auf einmal Stein aufkommt dann mach ich mir jetzt in eine Schaufel ja, auf da geht so, Schaufel's back das gerade macht ein bisschen Bock schon sagen hast du noch Bücherregale? ähm ich hab Bücher der muss noch Bücherregale haben du hast doch hier welche abgebaut ich hab Bücher man kriegt Bücher raus wenn man die abbaut hier ein Bücher ach tu, stimmt ich kann noch ein bisschen was bauen ne, kann ich doch gar nicht wir brauchen glaube ich noch 1, 2, 3 ein Holz, ein Holz fehlt mir ein Holz fehlt mir müssen wir droppen ja gut, ich werfe die ganz gesetzt so, jetzt habe ich zwei Bücherregale wir brauchen glaube ich noch mehr setz mal hier hin oh mein Gott ich hol mal eben den Chantment immer mal nicht der ist wieder ups, ja ja meine Maus funktioniert gerade nicht so gut das Kabel ist im Weg so, jetzt wir brauchen jetzt die Bücher so, was sollte ich machen? einfach den Chantment so let's go ich komme mit dem Chantment ich teste schon mal ich glaube ich bin da gut raus ich komme ich bin mal noch Level 30 ich lege mal deine Achse ne, Level 24 es fehlen noch ein paar wahrscheinlich zwei wie viele denn? zwei glaube ich ok lass eben Holz fahren ich bin da wem Holz ich brauche Bücher Bücher wir haben jetzt die Bücher ein Schweinchen ich will hab ich sie auch schön gemacht guck ok, never mind ich habe falsch passiert du ähm ich glaube du hey, du hast die doch gar nicht platziert die Bücher ach da oh mein Gott ah nicht hier oben oder was nein ja gut, dann platziere ich den Boden nein mein Gott das geht nein, warte nein, nein lass du dich auch hier platzieren einfach einfach da platzieren nein, wir brauchen noch zwei 28 immer noch ich brauche jetzt Holz wie sollst du den jetzt abgebaut? ich mach das vertrau mir gib mir mal die Stare ich weiß, dass man die in den Boden setzen kann ja, mach ich auch ja, warum hast die Acker gebaut? du hättest die zwei doch stehen lassen können und dann hier zwei in den Boden setzen können ja, wir haben es fast abgedreht hallo wie viel Hütz hältst du raus? man, nicht viel wie viel hast du? viel Herz? zweieinhalb hör auf hör auf ein Herz? ein Five? ein Five aber auch die Sterb-Leist für uns viele Werte ein Herz immer noch 24 die Anrufe 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 und die Anrufe die Anrufe anrufe die Anrufe die Anrufe der er aus da oder nicht mal machen wir mal das hier weg mann mal kurz weg müssen ja moment er ist nicht doch das schreibt das vielleicht aber ich mache das mal ganz gut hier in den Eckenbücher brauchen wir noch fehlt was in den Ecken fehlt was guck mal hier der hr die Eckenstorger etwas doch die Eckenbücher stoppt dann ist das gar nicht weil die Gäste das Böscher ich hab die Bücher ich hab die Bücher ich hab die Bücher echt eigene Meinung also was ist dein Problem 1 2 3 4 1 2 3 4 das tut es ich laufe im Kreis ich bin lustig nein ich möchte ich will nämlich noch mit dir streiten yeah level dracisch let's freaking go so jetzt wird let's go man let's say go und dann würde ich sagen wir haben das Ziel für diese heutige Folge erreicht bin ehrlich fertig dann sehen wir uns im letzten Folge wieder habt de rei und tschau 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 Bis zum nächsten Mal.